gut eine bremse allein eine bremse und die alleine gut ja pilot und gerät startklar ja bitte meinst du ist keine gute idee doch doch wenigstens ein ansatz klar wichtig ist ja nur dass du weißt wie man wieder rauskommt wie man sauber rauskommt reinkommen ist ja nicht das außenbremse sagt die ziehen also du merkst ja wenn du die jetzt anfängst immer steiler immer steiler plötzlich geht es los das ist wirklich wie wenn der lichtschalter an man merkt das jetzt geht es los beim ausleiten gibt es genau so einen punkt also du nimmst die außenbremse zu plötzlich merkst schalter aus der schirm will will raus ja du merkst es merkst richtig jetzt hat er und das ist der punkt wo man jetzt und um den geht es eigentlich das sagen okay jetzt versuchen wir den schirm nicht rauszulassen weil wenn den raus lässt ist er zu schnell ja er würde auf die gegenseite pendeln und er wird nach oben pendeln gibt dann hässliche hatte ich kann ich nach am anruhe erzählen du weißt also hässliche flugfiguren und um das geht es dass wir sagen wir nennen es nachdrücken ja dass du praktisch merkst es will heraus dass du die außenbremse wieder hoch nimmst für die innere tic nachdrücken sagen um den schirm in der kurve zu zwingen ja natürlich so dass er gleich wieder in der steilspirale landes an dass es eine normale kurve ist in der dann diese überfahrt also diese dieses übermaß an energie in der kurve praktisch abgebaut wird abgebaut wird so dass am idealerweise am schluss die kurve wird im grunde immer weiter eigentlich du einfach dann gerade ohne pendeln ohne nicken das wäre die ideal okay und und wirst gleich sehen das ist der knackpunkt da ist sauber eben noch so eine kurve zu also ein vollkreis zu fliegen ja und zb beim dhv reden sie sogar von zwei vollkreisen zum kurvenausleiten das schafft ja kein also mehr es kommt darauf es kommt darauf an es kommt darauf an dass ich nicht nähe mir schießen schnell los und alles wissen wir wie es geht gut seil anziehen also ich dachte ich hätte schon gesagt pilot eingehängt seil anziehen seil anziehen so dass sie alle sehen wie die spirale wird getan seil straf fertig start start Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020